Ich steck da nicht drin. Das ist auch für uns das erste Mal, dass wir das gedacht haben. Weiß mit dem zweiten Schiff! Ich hab eben mit dem telefoniert, mit der Heizschmucke hier. Wie soll ich das Geld wiederholen? Das tut mir furchtbar leid. Zweites Schiff! Zweite Parkasse! Die hat nur noch unter sich vorgelegt. Ja genau, sie war da nicht nur noch vorgelegt. Sagt mir die Fahnen vorbei! Nein, wenn das stimmt, dann... Herrschaften! Ich höre gerade, sie hat Recht. Wie wollt ihr beweisen, dass ihr nicht mitgefahren seid? Das heißt, ich hole jetzt einen Stempel aus dem Laden oben und eure Stempel ich ab. Der, der einen Stempel drauf hat, der ist nicht mitgekommen. Jawohl! Oder? Was soll ich sonst machen? Jawohl! Das ist der Beste! Von dem Bescheid sagen, ne? Von dem Bescheid sagen, dein Bekommen! Ja, ich rufe gleich nochmal an und sage ihnen das so. 1